Welche Wäsche darf es sein, der Herr? Ja, also, wenn schon, dann nehme ich die Komplettwäsche mit Heißwachs und unter Hodenschutz. Hey! Na super, jetzt habe ich hier einen fetten Kratzer. Scheiße. Hey, ich will sofort den Waschmeister sprechen. Na los, der Waschmeister, der wird bald. Wie soll ich denn so morgen mit auf den Kreuze nach Jerusalem gehen? Waschmeister! Und nun unsere Sketch-History-Zeitzeugen. Ja, hallo, ich bin der Vollmer von... Ich bin der Vollmer von Bing. Ich bin 29 Jahre alt, von Beruf Ritter. Und ja, ich suche eine Partnerin, die Lust hat, als Witwe unsere Kinder großzuziehen, nachdem ich mich auf irgendwelchen sinnlosen Kreuzzügen für fanatisch-religiöse Ziele habe in Fetzen schlagen lassen. Geht also im Prinzip nur um ein oder zwei Nächte zusammen. Ab da wäre ich dann quasi raus. Also, traut euch Mädels. Ich weiße nicht.